Hallo und herzlich willkommen zu Folge 132, müssten wir sein, von Gothic 2 Escape. Wir haben ja unser Vorhaben im Smooth erstmal ad acta gelegt, bis auf weiteres zumindest, haben Corkaloms Forschung vorangetrieben und haben auch die Spruchrolle, den Zauber und die vier dazugehörigen Artefakte, um dann in den Tempel eindringen zu können im Sumpf. Aber wir wollen jetzt erstmal hier gucken, was abgeht. Die Zombies hier am Rande kann ich nicht umbringen, da werde ich dann umgefetzt. Da vorne liegen irgendwelche Tränke und jetzt müssen wir hier irgendwie wohl Arena-Kampf bestreiten. Dann schmeißen wir alles her, was du hast. Der Sound ist hier etwas gedämpft, warum auch immer. Da war er, der 3000 DP gibt nichts, geht er natürlich selbst auf uns los. Der Schattenkrieger. Dann ist unsere Belohnung. Jetzt fällt hier alles tot um. Wir kriegen dann zwei Händer. Der hat nichts mehr dabei. Und hier sind auf jeden Fall nochmal ein paar nette Tränke. Ui ja. Nehmen wir alles gerne mit. Drei Lebenspunkte für uns. Ein Stärkepunkt für uns. Ein Geschicklichkeitspunkt für uns. Ansonsten hier nichts. Der Drache hat das Herz eines Hufdrachen. Dabei ist natürlich der standardmäßige Drachen, aber sehr, sehr klein in seiner Machart. Und hier haben wir im Eck noch eine Truhe. Kann sein, dass das hier alles optional ist. Schwarzer Stein. Ah, okay. Muss man schon machen. Das muss da vorne in die Haupthalle. Das ist relativ klar. Okay, hier kann man auf jeden Fall gut was abschlachten. Wir haben ein Level abgekommen wegen dem Drachen. Sind jetzt Level 40 geworden. Und hier drüben gibt es nochmal kranke Kacke. Da bin ich mir recht sicher. Okay, sieht vom Aussehen her ein bisschen anders aus. Und hier ist natürlich irgendein tödliches Gift auf dem Boden. Damit hätte man rechnen können. Ich habe mir das auch schon fast gedacht. Aber ich wollte mich überzeugen. So, hier drüben haben wir tatsächlich ein Rätsel. Noch mehr Tränke. Und den Fluch des Wächters fügt alle Diebesfertigkeiten hinzu für 120 Sekunden. Das liegt vermutlich daran, weil man für die Quest hier genau das benötigt scheinbar. Oder für das Rätsel. Knacken wir erstmal die Truhe. Blitzschlag, Schlaf, Angst, Dämonen beschwören. Okay. Also auch hier gibt es vermutlich am Ende wieder irgendeinen schwarzen Stein. Würde ich mal vermuten. Und mit beiden Dingen kommt man dann hier eventuell voran. Feuer, Regen, Todeswelle, Armee der Finsternis. Auf jeden Fall geiler Scheiß. Es ist nur die Frage, was können wir hier tun. Ich werde diesen Trank nicht benutzen müssen. Außer wir brauchen auch Akrobatik. Ich mache das so ungern, wenn hier so Schalter sind. Ei, 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 ei. Wir speichern mal ab. Sicherheitshalber. Und dann verausgabe ich mich einfach mal. Wir sind Schattenkrieger aufgetaucht. Soweit schon mal ganz nett. 400 EP für uns. Und ein Gegner, der uns nicht das Wasser reichen kann. Mittlerer Schalter. Noch ein Schattenkrieger. Okay. Wir erkennen das Ganze. Ich glaube, wir brauchen Akrobatik. Drei Schalter, drei Gegner. Ja. Ja, ja, ja. Wir brauchen Akrobatik, sonst kommen wir da nicht rüber. Vermut' ich mal. Oder doch? Wow. Ja, das, so nennt man das Konzept von wegen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, und da bin ich jetzt gerade direkt reingeplumst. Okay, wir müssen den Trank benutzen, aber mein Gott, da ist halt so. Ja. Ja. Das war ja fast klar. Das heißt, das heißt, die ganzen anderen Dinge, die man hier finden durfte, Feuer, Regen und so weiter, hier ist der blaue Stein. Das war wohl alles einfach nur, ja, kann man mitnehmen in diesen zwei Minuten, außer man kann in unserem, wie in unserem Fall, das sowieso ohnehin mit den Diebestalenten, aber mit dem Trank kann man theoretisch alle Truhen öffnen, Feuer, Regen und so weiter einsacken. Sehr wertvolle Dinge, sehr wertvolle Spruchrollen, kann man mitnehmen. Das Rätsel ist wohl doch gar nicht so komplex, wie ich im ersten Moment dachte. So, jetzt können wir hier die Steine hinlegen. Mal gucken, was dann passiert. Oh Gott, ein Dämonenlord. Und der ist auch nicht gerade freundlich zu uns. Der hat dabei Bücher und ein Almanach der Macht. So, und ich glaube, diesen Almanach möchte Belia. Warte, wie war das? Ich muss eine Art Buch im versunkenen Turm. Wunsch da das finden. Mit Belia zu kooperieren, ist nicht die klügste Vorgehensweise. Ach, faselt doch nicht. Bisher ist die Ausbeute recht gut. Kann ich da reinlesen oder sterbe ich dann? Karaktakrushak. Dass sich Belia bezogen hat. Hier stehen ein paar seltsame Worte. Ja, das ist wohl möglich. Und jetzt werden wir gleich sehen. Ob wir nur einem Gott helfen müssen. Oder allen dreien. Und man dann im Prinzip... Also für den Fall, dass man nur einem helfen muss. Möchte ich eigentlich ungern dem helfen. Hey! Karakata-Krusak. Du hast es also geschafft. Ich zeige dir, was ich kann. Was genau willst du tun? Ich möchte, dass du und deine Brüder ein Portal nach Myrthana öffnen. Das Ritual wird in der Orgstadt stattfinden. Was? Ich soll mit Innos und Adanos zusammenarbeiten? Nurn, du hast außergewöhnliche Hingabe gezeigt. So soll es sein. Ich mache mich auf den Weg zum Ort der Portal-Beschwörung. Aber wenn du willst, dass ich mich auf das Niebo meiner Brüder herablasse, musst du mir ein Opfer an eine meiner Schreine bringen. 2000 Goldstücke. Das ist ein ausreichender Betrag. Wenn du das nicht tust, werde ich nicht an dem Ritual teilnehmen. Wir sehen uns dann in der Orgstadt. Das Opfer soll gebracht werden. Ich finde es übrigens ein bisschen abstrus, muss ich an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, dass wir irgendwie eine unbekannte Finsternis aufhalten müssen, aber auf der anderen Seite im Gesprächssinn mit der personifizierten Dunkelheit. Das finde ich ein bisschen makaber. Außer es handelt sich um eine andere Macht, als die von den drei bekannten Göttern. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil ja Dunkelheit und Orks und Untote, das ist ja eigentlich immer alles Belias Realm, aber... Ja. Irgendwas geht hier auf jeden Fall vor sich. So, damit hätten wir schon mal dem größten Schlingel geholfen. Und jetzt will der Dreck sagen natürlich auch noch einen Haufen Geld von uns. Du bist so ein Penner. So, 2000 Goldstücke. Für das miese Schwein. So, und jetzt wo wir eh schon hier in der Nähe sind, müssten wir von hier mal direkt hoch in den Vulkan. Denn da sollten wir Inos treffen. Hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten, dass ich als allererstes das mit Belia beenden werde, weil ich wusste am Anfang ja gar nicht, wo der ist. Bin ja eher durch Zufall auf ihn gestoßen. Aber so im Nachhinein ist es natürlich irgendwie sehr offenkundig, dass der bei Xardas rumeiert. Xardas ist ja wohl mit sein wertvollster Diener gewesen. So, dann eiern wir da mal hoch. In der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist, aber das müsste er sein. Dieser Berg hier ist nämlich extrem verworren. Da gibt es viel hin und her und schlag mich tot. Und am Ende kommst du nicht weiter. Aber das ist jetzt doch der Hauptweg. Ich hoffe, Inos ist hier oben. Aber ich bin guter Dinge. Das müsste ja mit der wärmste Ort in der Kolonie sein. Mir fiel jetzt kein... Ach, hallo. Keine weitere Magma-Kammer oder so ein. Es könnte sein, dass genau dieses Skelett das eine war, das ich irgendwie gesucht hatte. Und dem ich mir nicht sicher war, wo es hin ist. Inos Bestuß! Also da unten ist er schon mal nett. So. Gut, dass wir diese... Warum habe ich den blauen Stein immer noch dabei? Egal. Was soll's? Wen interessiert's? So, hier haben wir alles schon mitgenommen, alles kaputt gehauen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu holen. Oh, da geht's tief runter. Und da war tatsächlich jetzt auch auf den ersten Blick ein Inos. Ich überlege gerade, wo könnte es noch warm sein? Jetzt muss ich beweisen, dass ich Belia diene. Ich soll eine unschuldige Kreatur töten. Na gut, das haben wir schon gemacht. Das ist bei das Portal. Jeder sollte sich an dem Ort befinden, der eben am nächsten steht. Inos Feuer, Adenos Wasser oder Oder Eis, ja. Und Belia Schwarze Magie. Belia haben wir erledigt. Adenos müsste vermutlich in der Wohnhöhle sein. Ich habe das jetzt halt so ein bisschen direkt den Locations der Drachen zugeordnet. Vielleicht war das aber auch eine Fehlannahme. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist Adenos nur irgendwo im Eisgebiet und Inos nur irgendwo, wo es warm ist. So, kann ich hier irgendwie außen rumlaufen? Ja. Vielleicht irgendwo ganz oben im Eck. Es müsste aber eigentlich eine Location sein, die gut erreichbar ist, weil man ja vermutlich auch ein paar Mal hin und her latschen muss. Deswegen wäre es eigentlich ein bisschen blöd, wenn man den jetzt hoch beispielsweise ganz hier oben im Eck platziert, wo du jedes Mal hinklettern und hinrennen musst. Nur mit dem... Ach, Mann. Nur mit dem Blöde anzureden. Fände ich zumindest ein bisschen unangenehm. Also rein spielerisch. Das muss man ja irgendwie verbinden können. Beim Eisgebiet, gut, da kann man wenigstens zu den Banditen. Das ist jetzt auch nicht so nah mit dem Teleport. Aber es geht. Okay. Was auch gegen Innos sprechen würde hier, wäre halt, dass hier auch alles voll mit Gegnern war. Der Umstand, den sollte man auch nicht vergessen. So, hier hinten geht's runter, ne? Ja, genau. Ich bin so ein Volldepp. Ah, da ist er doch. Na, wir kommen direkt hier zum Punkt. Innos ist halt ein Guder. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Ich weiß es zu schätzen, Sterblicher. Was willst du im Gegenzug von mir? Ich brauche göttliche Hilfe, um ein Portal zu öffnen. Ein Portal? Wohin? Es sind noch Menschen im Minental. Wir müssen irgendwie nach Korinis kommen. Ich werde dir helfen, aber jetzt bist du dran. Du musst etwas für mich tun. Doch zuerst musst du zeigen, dass du mit Feuer umgehen kannst. Bis jetzt bin ich davon nicht überzeugt. Okay. Was gibt's zu tun? Bring mir zehn Zungen von Feuerwarren. Wo kann ich diese Reptilien finden? Aufgrund ihrer feurigen Natur lieben sie Sand und Meeresküsten. Im Minental gibt es noch solche Orte. Wir kriegen tatsächlich dafür drei Lernpunkte, damit wir das erlernen können. Die Fähigkeit, falls wir so nicht könnten. Und ich gehe mal davon aus, dass im Zuge der Quest Feuerwarane gespawnt werden. Weil ansonsten kannst du die Quest nicht machen und dementsprechend auch die Hauptquest nicht. Das heißt, irgendwo müssen auch noch zehn Feuerwarane gespawnt sein. Aber haben wir natürlich alles schon. Ja, die und ihre komischen Vorprüfungen. Was kann ich für dich tun, Herr? Die Sümpfe. Die Sümpfe sind voll von verlorenen Seelen, die dort verrotten. Die Sterblichen haben ihre Seelen dem Schläfer anvertraut und deshalb wandern sie jetzt in der Welt umher. Du musst die großen Dinge regeln, die in den Sümpfen geschehen. Die Götter können sich da nicht einmischen, denn es ist eine Angelegenheit zwischen den Lebenden und den Toten. Okay, das ist jetzt ja ein ziemlich direkter Verweis von Innos darauf. Also theoretisch haben wir die verlorenen Seelen ja schon gerettet, aber ich schätze mal, das ist ein direkter Verweis auf die Hauptquest mit der Plage der Finsternis. Also der Finsternis im Eingang zum Tempel bla bla bla. Würde ich jetzt so herauslesen, es ist ja schon jetzt ziemlich präzise, was das angeht. Das heißt, Innos schickt uns zurück zur Hauptquest das heißt, wenn wir die nicht machen, geht es auch hier nicht weiter mit Innos, das hat alles Hand und Fuß und das heißt für uns, dass wir jetzt mal ins Eisgebiet gehen und mit dem Ältesten der drei Brüdern sprechen. Das sind ja glaube ich Brüder, ne? Ich bin jetzt gar nicht mehr so firm in der Liturgie beziehungsweise in der Mythologie. Aber ich meine, Adenos wäre der älteste der drei und die wären halt auch Brüder, das Verhältnis zueinander. Weil das ist ja bei Gott dann ganz oft so, dass das irgendwie, dass die familiär irgendwie in der Verbindung stehen. macht ja auch Sinn, da ja fast alle Mythologien Projektionen sind von einem menschlichen Verständnis heraus. Da machen so Familien Zugehörigkeit natürlich schon viel Sinn. von wegen astraler, universaler, universeller Entität schwierig. Und deswegen kriegt dann sogar die Zeit an sich eine Personifikation und auch alles andere und die Erde selbst, vielleicht sogar noch der Raum selbst, kann man alles machen. Gibt sich Ardanus irgendwie in der Kneipe einen rein? Ne, tut er nicht. Das heißt, er steht vermutlich irgendwo hier mitten drin, statt nur dabei. Da hinten ist er. Im Prinzip da, wo auch anderen, zu anderen Zeiten schon Massermagier waren. Guten Tag, mein Lieber. Wer bist du Sterblicher? Mein Name ist Will. Ich hatte einen großen Anteil an deiner Beschwörung. Sag mir, was du brauchst. Ja, deine Hilfe. Ich möchte dich um deine Hilfe bitten. Was meinst du damit Sterblicher? Alle Götter müssen sich treffen und ein Portal öffnen. Nun, es ist sehr lange her, dass ich mit meinen Brüdern zusammengearbeitet habe. Ich werde dir helfen, wenn du Weisheit zeigst. Aber zuerst musst du deinen grenzenlosen Glauben zeigen. Ja, dann schieß los. Was soll ich tun, Adanos? Geh auf den höchsten Turm der Burg. Dort angekommen, wende dich nach Westen und spring. Das wird mich doch umbringen. Zeig, dass du glaubst. Erst dann werde ich wissen, ob es sinnvoll ist, dich auf die Probe zu stellen. Okay. Interessant. in den Abgrund wagen muss. Ich soll auf den höchsten Turm der Burg in Minntal steigen, mich nach Westen wenden und den Sprung des Glaubens wagen. Geiler Name. Okay. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir genau dies in der nächsten Folge. Und was dann folgt, also je nachdem, ob das dann schon gewesen ist, das weiß ich jetzt nicht. Eventuell gibt es noch eine Folgequest von Adenos. Auf jeden Fall nach dem Wagnissprung und dem, was Adenos noch aufgibt, werden wir die Artefakte anlegen und dann in den Tempel hineingehen. Also im Sumpf. Denn wir wissen ja mittlerweile ist das auch im Interesse unseres guten Freunde des Innos. Ich finde es interessant und auch sonderbar, dass die hier die personifizierten Götter noch eingebaut haben. Aber ich sage immer die, es ist ja nur ein Entwickler. Aber wir wollen eine richtig coole Idee. Die wirken natürlich ein bisschen underwhelming. Das liegt aber auch daran, dass die das sind ja nur ihre Avatare. Das sind ja nicht die Götter selbst. Also im Prinzip schon, aber nicht ganz. In der nächsten Folge das müsste der Sprung in den Westen sein. Also in der nächsten Folge kommt der Sprung des Glaubens und dann geht es wieder Richtung Sumpf in absehbarer Zeit. In diesem Sinne sind wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.